Herzlich Willkommen beim Deutschen Fußballbund in Frankfurt. Sie werden nun mit unserer Zentrale verbunden. Es gibt zwei Spieler in Kamerun. Was ist das für diese Reservation? International transfer oder? Was? Player passport? Nein, nein, nein. Ich bin aus Tunisien. Ich bin aus Tunisien. Und wir spielen mit Kamerun und Kamerun qualifiziert in Brasilien. Aber es gibt zwei Spieler, die in Deutschland spielen. Ja. Was ist das? Was ist die Frage? Was ist das? Was ist das zwei Spieler, die in Deutschland spielen und jetzt in Kamerun spielen? Das ist illegal. Das ist das Team der nationalen Mitglieder? Ja. Was ist das Name des Spieler? Die zwei Spieler sind zwei Spieler aus Kamerun. Du hast gesagt, es sind zwei Spieler aus Deutschland spielen in Kamerun. Hast du die Namen des Spieler oder nicht? Ich gebe dir das Name des zwei Spieler. Erich Maxim. Aber das ist nicht der nationalen Mitglieder. Nein, das ist der nationalen Mitglieder. Er spielt in der nationalen Mitglieder der Deutschen. Und jetzt spielt er in der nationalen Mitglieder der Kamerun. In der Senior. Okay, ich werde dich mit dem richtigen Office verbunden. Hold on. Herr Präsident, guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Kannst du mit mir mit Englisch sprechen? Ja, natürlich. Vielen Dank. Ich bin aus Tunisien. Oh, Tunisien. Ein schönes Land. Danke. Was ist dein Name? Roy. Roy. Mein Name ist Muhatten Salah aus Tunisien. Roy. Und ich liebe Deutschland. Danke. Roy. Du weißt, wir haben zwei Spieler. Er spielt in der Kamerun. Was? Erich Maxim und Joel Matip. Er spielt in der Juni mit der Deutschland. Er spielt in der Tasmanager. Er spielt in der Kamerun. Sie wissen, wir haben das Recht in der Kamerun. Wir haben die Wahrheit in der Kamerun. Ich verstehe deine Frage nicht. Es gibt zwei Spieler, Kamerunier. Wie old sind sie? Er spielt in der Senior. Oh, in der Senior. Ja. Aber in der Juni, sie spielt in der Deutschland. Die zwei Spieler sind Erik Maxim und Joel Matik. Okay, und jetzt spielen sie für Tunisien? Nein, jetzt spielen sie für Kamerun. Ah, Kamerun, okay. Ja, und es ist illegal, weil Kamerun ist kaltiert in Bräzile. Aber FIFA entscheidet was ist illegal und was nicht. Ich weiß nicht die Situation. Ja, wenn ich dir den Namen der zwei Spieler sind, sicher ist, dass es in einem Team in Deutschland spielt. Nein, aber die Deutschland nicht sagen kann, ob es ist illegal oder illegal für jemanden. Nein, 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 ich sage nicht, dass es illegal oder illegal ist. Was ist deine Frage? Du liebst die Tunisien? Ja. Okay, so, es gibt zwei Spieler, Erik Maxim und Joel Matik. Sie sagen mir, ob sie spielen für die Deutschland oder nicht? Sie haben nicht spielen für die Deutschland. Ja, klar? Ja, klar. Du liebst Kamerun, also nicht du liebst die Tunisien? Nein, ich liebe Kamerun. Ich kann euch sagen, dass bei FIFA-Law. Ja, klar. Ja, klar. Du hast gesehen, die Spiel oder nicht für Tunisien oder Vista? Nein, ich habe nicht gesehen. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Er spielt mit uns. Ja, klar. Er spielt mit uns und... Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Okay. 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 So, so... So, you should be, you should be, you should be, you should be. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bye. Bye.